Endlich der E-Book-Reader für alle von Weltbild und Hubendubel. Leichter, schneller, günstiger. Nur 59,99. Mit brillantem Farbdisplay für Kinderbücher oder Fotos. Lesen, wann und wo Sie wollen. Sogar im Dunkeln und ohne Brille. Einfach Schrift vergrößern. Für bis zu 2000 E-Books runterladen und loslesen. Der beste Reader zum besten Preis. Exklusiv bei Weltbild und Hubendubel. Online und in allen Filialen.